Herzlich Willkommen zur Auflösung des Matt-Rätsels vom 29. April 2021. Schwarz ist dran und setzt Matt in spätestens drei Zügen. Es beginnt mit Dame E1, Schach. Weiß kann den König nach H2 ziehen, doch dann kommt der Turm über H7, greift den König an und die Dame deckt hier die Fluchtfelder. Die andere Möglichkeit ist noch, wenn Weiß den Turm dazwischen zieht, dann kommt Turmschlägt F1, Schach, König A2 und dann Dame H4. Auch Schachmatt dauert einen Zug länger. War gar nicht so schwierig, oder? Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.